Jetzt habe ich jetzt mal die Babywanne hier draufgepackt, weil ich euch einfach auch die Babywanne nochmal zeigen wollte. Hier unten habt ihr die Möglichkeit, auch nochmal über einen Reißverschluss das Kind zu belüften. Also was ich wirklich sehr geliebt habe, als Klärchen klein war, aber das hatte wie gesagt der alte Bonavi auch schon, wenn sie geschlafen hat, habe ich hier aufgemacht. Für viele Kinder, die auf dem Bauch liegen, ist es auch super toll, weil sie dann rausgucken können. Klärchen war jetzt nicht so der Bauchlieger, war eher eine faule Socke, deswegen habe ich das nicht gebraucht, aber wie gesagt, zum Kindlüften ist es ganz cool.